was geht youtube ich mehr so sie können gern gern heute ich bin wieder ein neun video für euch heute heute ich mag rechnen über afb4 und sieben direkt neue music video bitte ob mein video gefällt dich und meine reaction gefällt dich und zwar abonnieren sie und kommentieren sie so wir mussten musik zusammen hören weil die musik gut sind wir sagen weil nicht so gut ob wir sagen weil ich hoffe die musik wieder gefällt dich abonnieren sie und kommentieren sie so wir jagen die musik zusammen an fast los weiter mann also mann ok fangen wir an jetzt ok 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 0690 Vorwahl Jax ist brutal Halt dich total Schaden Ohne Grund, ohne Moral Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial Scheiß mal auf alle Ich bin Kuhnen der Baba Ich bin Kuhnen der Baba Okay, der Beat ist gut, aber Ich muss viel hören, man Keines was Ich muss viel hören Ja, sehr sehr gut Ich bin Kuhnen Ich bin Kuhnen Ich bin Kuhnen der Baba Was du ein Hurensohn bist Hatten wir schon mal Wie ich dein Album finde Naja so lala Um ehrlich zu sein habe ich nicht eingehört Ja schon mich mal Bei deiner Mucke wird mich schlecht Katastrophal Jeder Zoni spart für ein Mikrofon auf Raten Jeder Zoni rappt und hüpft rum wie Akrobat Ich bin Kuhnen der Baba Ich bin Kuhnen der Baba Ich bin Kuhnen der Baba Nur 6,9 die Vorwahl Jetzt fritz brutal Und ich brutal schlagen Ohne Grund, ohne Moral Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial Scheiß mal auf alle Ich bin Kuhnen der Baba 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 Ich bin Kuhn 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 als erst nichts also bitte wenn ich mit rap dann mit hundert anderen bin es ist das ist ein bisschen mickey minoz was ist euer Timo bei der music man die music ist ok man nicht die beste 7dv war ein bisschen gut von meiner meinung von deiner meinung sagen kommentieren was du Timo bei der music ich 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 spreche die kutsche und mein beifahrer aus kosova schießt auf schilder aus dem fenster auf der autobahn der fährt sein steck mit hinten im drei sterne restaurant trinkt rotwein aus der flasche im schickimicki lokal rotz im grünen auf dem boden wie ein choban pianos hat's im hintergrund beethoven und mozart steck deine rolex in dein arsch die ist bloß auf stahl lass die jamanten sprechen ob prinzess oder oval ok 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 was ist die music an zwar vielen dank für meine video gucken abonnieren sie in den kommentieren sie deine meine sagen in den kommentieren was du denkst über die music ich hoffe die music wird fertig wir wieder vor euch kommen vielen dank für meine video gucken es würde sie gerne wir sehen andere video idee ok